Verdächtige ist weg. Schicken wir eine Fahndung raus. Oh Mann, was passiert hier? Komm, hack den. Jawohl, geht doch. Superschön. Schnell aussteigen. Und ich kann ja auch schon mal den hier machen. So. Das ist natürlich nicht so eine geile Pose, wie ich davor schon mal hatte. Ich probere mal gucken. Vielleicht geht er ja doch klar irgendwie. Da ist er jedenfalls. Da ist direkt eine Kamera. Ich glaube mal nicht, dass er jetzt instant da hochkommt, ja. Ist der. Was ist denn? Wo ist die Nutte? Was denn? Was denn? Was denn? Ist das da? Ja. Hä? Hä? Und das ist so gut. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der denn hin? Ich will zusehen. Ich will auch nicht die Kamera benutzen. Das nutze ich mal kurz. Der ist da. Oh shit. Was denn? Achso, ich habe es geschafft. Auch gut. Das sind echt die geilsten Poses. Ah, guck mal jetzt. Kann ich ja endlich mal das machen. Yeah. Train surfing. Extreme. Alter, sind ja schon zwei Züge gewesen. Ist das geil. Na, hier soll mal jemand versuchen, mich zu hacken, ey. Das soll jemand mal versuchen. Das wollte ich nicht. So. Und das. Und das. Juhu. Ich bin der König der Welt. Oho. Ist das geil. Das krasseste wäre ja eigentlich auch, einfach sich hier zu befinden. Und den dann von oben zu hacken. Ich meine ganz ehrlich, wie soll er denn nach oben kommen? Er kommt nicht nach oben. Ist unmöglich. Außer natürlich, er geht jetzt da hin und dann kommt er dann hier hin. Aber naja. Dauert Jahre. Und dann muss man sich erstmal finden. Das ist ja auch noch so eine Sache. Das ist ja auch noch so eine Sache. Jaja. Ich brauche mir die Gauna Hände zu lassen. So. Du kannst den bloß machen. Ich brauche einen geiler Po-Sy. Ich brauche einen geiler Po-Sy. Ich brauche eine geile Po-Sy. Ich brauche einen geiler Po-Sy. Ich brauche einen geiler Po-Sy. Ich brauche einen geiler Po-Sy. Also keine geila. Ja. Alle fühlen. Wie jetzt? Warum? Hä? Warum geht der? Hä? Hat er sich jetzt verpisst? Irgendjemand. Kapier ich. Jetzt sind wir schnell gegangen. Ich wollte mich eigentlich hier so für mich verstecken. Oder vielleicht einfach in der Karre rein. Mann, oh. So eine Scheiße. Hat ja super geklappt. Ah. Naja, der nochmal. Was ist denn? Warte mal. Was ist denn jetzt die Karre hier? Ah, na egal. Akzeptieren. Mal gucken. Nimm mich jetzt hier. Okay, 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 okay. Ist ja wieder eine geile Pose hier. Wo ich bin. Ist ja wunderschön. Ist ja echt toll hier. Ist gerade mit einer Kau unterwegs. Ich brauche eine Karre. Ich brauche eine Karre. Schade. Hätte ich gerade zu bleiben können. Wenn er da stehen wäre. Ah. Wird er zum Waffenlarm? Ah, der will zum Waffenladen. Ah, shit. So. So. Ok, er ist noch nicht da. Komm schon, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. So. Mal gucken, ob es nochmal klappt. Ich bin gespannt. Die Frage ist bloß, wo er ist. Er müsste ja von da irgendwann kommen. Da ist er. Da war er gerade. Da ist er. Hat er mich schon gesehen? Ah. Sieht der Mensch? Der hat ein Snipergewehr. Hat er da schon nach oben geguckt oder was? Die alte Sau. Ich dürfte mich doch nicht sehen, oder? Na, wo bin ich? Wo bin ich? Ah. Kommt er jetzt hier hoch? Ja, er kommt jetzt hier hoch. Und ich hoffe nicht komplett nach oben. Kommt. Das wäre. Das wäre. Das sind sehr scheiße. Scheiße. Da kommt jemand wirklich nach oben. So eine Kacke. Oh, er hat es gerafft. Der Erste, der es gerafft. Ey, nein. Wie ich aber gleich sofort runter springe. Aber ganz ehrlich, was soll man denn sonst tun? Man ist denn gefickt eigentlich? Man hat gar keinen Ausweg. Die Pose ist geil, keine Frage. Aber man hat null Ausweg. Nein. Wie schaut denn das jetzt aus? Darf ich das jetzt mal machen? Oder darf ich das immer noch nicht machen? Ich will das mal machen. Hab ich noch nie gemacht. Hat er jemand gefunden? 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 Oh Mann. Der hat scheinbar jemand gefunden. Ja. Cool. Wir schaffen sie Radubi. Okay. Ein Profil von Ravel, aber nicht töten. Aha. Aha. Okay. Okay. Der satt hern. Hmm. Hmm. Oh. Wir müssen mal machen. Okay. Das macht Bräder. Okay. Okay. Ich möchte das nicht in den кругl. Das war richtig scheiße von mir. Warum die auch nicht dauernd geht? Ich mein ganz ehrlich, wie viel hält die denn aus? So ne Kacke, ey. Alter, nochmal. Das ist cool. Schön, Sneaky. Am besten wäre ja, wenn ich einen Sniper-Aber habe, aber hab ich nicht. Das ist scheiße. Ah, nochmal. Noch was gefunden. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt kapier ich das. Erst irgendwie ein Profil anlegen und dann sofort ficken. Okay. Jetzt muss ich den da beschatten. Das läuft ja hier rum. Ich bräuchte am besten eine Kamera, irgendwie. Keine Kamera. Was? Das Spiel verlassen. Die alte Nutte. So. Jetzt aber. Boah, das geht aber ganz schön schnell, ey. What the hell? Warum muss ich eigentlich immer beschatten? Darf ich auch mal irgendwie Dingens? Verkrennen irgendwie? Ist auch cool. Ehrlich gesagt. Also das Behindertste ist ja, wenn sie sich in den Autos befinden. Dann habe ich schlechte Karten. Dann habe ich wirklich schlechte Karten. Oh Mann, ey Grüne. Fährt er denn? Hm. Hm. Das war's. Was hat er da? Hä? Darf er mich killen? Ganz ehrlich, wie viel halten die denn aus? Ich hab außerdem eine bescheuze Waffe wahrscheinlich. Ganz ehrlich, ich hol mir jetzt eine Waffe beim Waffenladen, ey. Ohne Witz, ich hab so eine kack Waffe, die macht gar keinen Schaden wahrscheinlich einfach. Oh Gott. Und ein Snipergewehr wäre auch mal geil. Die halten was aus manchmal. Am besten wir in ein Snipergewehr und immer schön ein Handy verteilen. Dann ist fertig, die Scheiße. Geschäft, so. Kleine Bitches. Und wehe, mich hackt jetzt hier gleich einer. Dann krieg ich einen Anfall. Mann, oh Mann, oh Mann. Wettend, jemand ist schon in meinem Spiel. Wettend? Wettend, wenn ich in den Waffenladen reingehe, dann kommt einer gleich und sagt, Cool. Schaut jemand. Gehackt irgendwie so. Was brauchst du? Äh, Granatenwerfer wäre auch geil. Wie viel Geld habe ich? Ja, genug. Ja, definitiv genug. Schärfschützengewehr. Würde ich gerne das Beste. Die Frage ist bloß, was ist das Beste? ACR? Nee. So, Sturmgewehr. Überschuldene ACR. Super. Okay, warte mal. ACR da. Snipergewehr da. Pistole da. Und nicht benutzen. Eigentlich, aber naja. Okay, Online auf. Äh, den ganz. Machen wir nochmal Online. Beschatten. Forderen sie die Beschattung? Man kann nicht anfordern, dass man beschattet werden will. Ah, komm mal. Da ist jemand wieder in meinem Game. Drinnen. Guck mal, der ist nur oben. Das ist doch nicht hier. Scheinbar. Wo ist er? Könnte gut sein, dass er einfach im Geschäft da drin ist. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hä? Hä? Der ist ja gar nicht mehr da nebenbei. Will er mich verarschen? Wo ist der? Hm, fuck you. Notrufzentrale, was ist der? Der nimmt nicht. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte beschatten. Der Grund ihres Anrufs. Und wir sind mittendrin. Die holen alle die Kopf. Hallo? Mann. Tu mir nichts. Kapier ich nicht, wo... Hä? Ist der rausgegangen? Ich hab auch gar keine Meldung gekriegt, von wegen, was los war. Kapier ich nicht. Dann hab ich ihn doch erwischt im Waffenladen. Ich mein, ganz ehrlich, das war ein bisschen auffällig. Deswegen hab ich auch sofort geschossen, dass der da so hockte irgendwie. Hinter der Kasse, das mach ich ja immer. Ha. Mann. Jetzt holen wir jetzt hier einen Typen ran. Ich hab jetzt geile Waffen. Am Stadel. Die Waffe ist bestimmt gut. Fairdies verteilen. Ich hoffe mal, das ist vielleicht One-Hit, ey.